Moin YouTube, schön wieder da sein, seine neuen Freunde, A-Fans Talente, 2022, Dürzehn Nr. 0, 21. So sieht's aus. Und dann sind's noch wieviele Tage? Drei. Drei. Bis Santa Claus kommt. Santa Claus. Boah, Santa Claus kommt. Lauf, schnell, wir wollen die Tage rumkriegen. Was machst du beim nächsten Mal vernünftig, mein Hassi? Das habe ich aber nicht zuvor. Türchen Nummer. Alles hatte ich. Hier, such mal raus. Papa, mach den Knochenbrecher. Papa, mach den Knochenbrecher wieder hier. Weil wir wieder so eine Angelegenheit, die Tüte hat deine Mutter zugemacht, das erkenne ich hier... Oh, hier ist denn der hier. Das erkenne ich schon am Knoten. Das deine Mutter denen zugemacht hat. Ja, fast fertig, ne? Dann sind wir fast fertig. 21, meine Güte. Dann fangen wir doch auch wieder nur Einzelteile, oder? Jep. Ich habe es schon rausgerollt. Natürlich nicht. Okay. Du bist da. Mein Engelchen, dann lass uns mal gucken. Fangen wir mit dem hier an. Ich halte fest. Das ist easy. One. Ne, da. Oder? Warte mal. Ja. Tiefer. Da. Da, genau. Stopp. Und jetzt ganz, ganz, ganz vorsichtig. Da. Das bleibt dran. Okay. Jetzt legen wir mal da hin. Ist da oben. Na. Oh. 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 Und da. Sehr gut. Okay. Jetzt müssen wir... Ja, ist halt gleich alles Müll hier. Oh, Moment. Das ist Müll. So. Jetzt müssen wir ganz vorsichtig machen. Warte. Papa muss jetzt erst mal gucken. Papa muss erst gucken. Okay. Nein. So. Ja. Warte mal. Wir machen mal so. Ja. Und sofort wieder aufmachen. So. Warte, warte, warte. Ja. Sehr gut. Aufmachen. So. Damit uns das nicht abbricht. Sonst muss man das Teil neu bestellen. So. Jetzt hier. Nein. Achso. Da. Ist das... Achso. Der gehört da gar nicht dran. Moment. Jawoll. Uh. Sehr gut. Moment. Warte. Jetzt... Au. Der wird... Den mach ich eben. Weil der wird ein bisschen frittisch. Ich darf auch Tardis machen. Doch, darfst du. Jetzt darfst du weitermachen. Ich darf Tardis machen. 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 Und... Ja. Moment. Ganz vorsichtig tief unten. Oder? Ja. Nein. Mach doch. Ich warte jetzt. So. Und jetzt... Oh. Der wird auch noch mal knifflig. Der wird anstrengend. Guck mal. Dann hast du ganz viele geknipfte. Und da pack ich. Nicht so rum. Ja. Doch, ich kenn das. Äh... Und... So. Ich darf auch Tardis machen. Okay. Dann lass uns erst mal gucken. Ich baue nicht zusammen. Du baust nicht zusammen? Muss der Papa das machen? Ja. Dann pack mal dein Werkzeug weg. Hab ich. Wegpacken. Hab ich. Hast du nicht. So. Also. Also. Zeta. Klatsch. Hä? Hä? Ah, ja. Okay. Ah, ja. So. Und das Teil? Das. Ja. 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 Das Teil kommt jetzt so. Moment. Ja. Jo. Ja. 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 Ja, ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben noch keine Geister hier. Doch. Aber wir haben einen Wichtel. War der das? Ja. Der Ernst August Little Sir Henry? Nee, ich. Du warst das? Okay. Also, der Luca hat jetzt noch eine Sache, die er euch sagt. Und hört genau zu. Und dann gibt es die noch dreimal. Also. Drei, zwei, eins. Abonnieren. Tittitotte. 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 Wir sollen uns mal verpassen. So sieht es aus. Wir verabschieden uns und wünschen euch besinnliche Feiertage. Euer Luca. Euer Deuter. Bis dahin. Tschüß. 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 Das war's.